Ich freue mich total auf den Youngster Kongress, weil es so immens wichtig ist, sich in die jungen Generation zu investieren. Und ich bin mega begeistert, dass du dich mit hineinleben lässt in die Verantwortung, dich in die jungen Generation zu investieren, damit sie geistlich wachsen und ihre Berufung finden. Toll, dass du dabei bist. Hey, wir sehen uns in Erfurt.